König Charles bibbert vor Angst. Und zwar vor einer Frau. Aber warum? Seitdem er König ist, weht am Hof ein anderer Wind. So hat Charles etwa die engste Mitarbeiterin von Queen Elisabeth, 96, Angela Kelly, einfach vor die Tür gesetzt. Was für ein Schock für Angela Kelly, die ihren Arbeitsplatz und ihr Zuhause in Windsor räumen musste. Der 74-Jährige schenkte der Vertrauten seiner Mutter ein neues Haus, trotzdem soll ihm ihr Rauswurf schlaflose Nächte bereiten. Warum er so große Angst vor dieser weinenden Frau hat. König Charles hat Angela Kelly gefeuert. Fast 30 Jahre lang diente Angela Kelly der Queen. Sie kümmerte sich um deren Garderobe, schnitt ihr während der Pandemie die Haare und lief ihre Schuhe ein. Kurz. Die 65-Jährige war die Frau für alle Fälle. Die beiden mochten sich so sehr, dass sie beste Freundinnen wurden, logisch, dass die Bürgerliche da einiges aus dem Familienkreis mitbekam. Und nach dem Tod seiner Mutter hatte Charles Sorgen, was Angela ausplaudern könnte. Ehekrisen, Streitereien, der Ausstieg von Harry und Meghan, der Missbrauchsskandal um Prinz Andrew, Skandale gibt es genug im Haus Windsor. Charles soll so in Panik sein, dass er Angelas Schweigen mit besagtem neuen Haus kaufte. Sie musste versichern, die Worte König und Palast nicht mehr öffentlich zu verwenden. Die Möglichkeit bestand durchaus. Zwei Bücher hatte die Angestellte bereits veröffentlicht, mit Erlaubnis ihrer Chefin. Ob Angela Kelly die Royals je verraten hätte? Eher nicht. Nach ihrem Rausschmiss weinte sie bittere Tränen. Und die Lügen bekanntlich nicht. Nach dem Daumenoup Vielen Dank.